Fazit nach vier Jahren Leben im Auto Altersvorsorge Serie in sechs Sprachen Die Kategorien in dieser 40-teiligen Videoreihe in sechs Sprachen sind einfach nur alphabetisch sortiert, im Deutschen. Es wird dazu in jeder Sprache einen Blogartikel und am Ende ein E-Book geben. Alle Links in der Beschreibung. Altersvorsorge Bevor ich 2018 in mein Auto gezogen bin, habe ich mir um Altersvorsorge keine Gedanken gemacht. Ich wusste aber, dass ich privat vorsorgen musste, sobald ich genügend übrig haben würde. Durch die Pandemie habe ich die wichtigsten Auftraggeber verloren und ich musste mein Business umstrukturieren. Jetzt unterrichte ich online. Allerdings verdiene ich mit dem Unterricht nicht so viel wie vorher in den Hotels. Doch seit diesem Jahr habe ich es endlich geschafft, Geld für die Altersvorsorge beiseite zu schaffen. Ich habe nicht mehr Geld verdient. Ich habe nur mehr gespart. Mehr Videos zum Thema Leben im Auto gibt es auf Monas SUV-Reisen. Danke fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren. Bis nächste Woche. Mehr Infos auf dem Blog. Link in der Beschreibung. Das heißt, jeder Teichkidor. Unterrichte Mario Kartin und Anleitung. Ich habe schon über die Ersel des Sounds gespart. Also wird es ansiedelt.